Musik Wir haben jetzt ungefähr um die 520 Burger in zweieinhalb Stunden. Musik Ich würde auf jeden Fall 1-2 Euro dafür mehr bezahlen, wenn ich dann wüsste, dass es klimafreundlich wäre. Wenn die direkt nebeneinander liegen, würde ich auf jeden Fall das dann eher kaufen. Musik Die Frage ist natürlich nur, inwieweit das im Supermarkt wirklich klar kommuniziert werden kann, dass der Endkonsument da einen höheren Nutzen von hat und wirklich was für die Umwelt tut. Man sollte jetzt anfangen, wenn man schon da was für tun kann, und nicht erst sich in 20 Jahren oder in 30 Jahren darüber Gedanken machen, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Musik